Hallöchen Leute und herzlich willkommen bei dem neuesten Karlchen-Knack-Abenteuer. Fünf Arten flüchten. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. So und los geht's. Ja, nicht mehr lang und gleich. Mann, das klang doch vielversprechend. Oh Mann, ist das ein Batzen Gold. Den sammle ich doch mal ganz schnell ein. So, das ist alles gewesen. Zum Glück habe ich mich schon um den Alarm gekümmert. Und um die Sicherheitskamera. Okay, für mich gibt's hier nichts mehr zu erledigen. Dann mache ich mich am besten doch mal aus dem Staub. Langsam und leise. Nicht, dass noch jemand die Lunte riecht. Oh Mist. Oh Mann, ich übersehe immer den letzten Laser. Ich muss hier schnell raus. Oder was meint ihr, Leute? Das ist doch die perfekte Gelegenheit, um euch fünf Arten von Fluchten zu zeigen. Freut ihr euch schon drauf? Ihr könnt mir auch dabei helfen, indem ihr in die Kommentare das Wort Flucht schreibt. Na los, macht schon. Umso schneller bin ich hier weg. Und lasst uns doch auch einen Daumen nach oben da. Oder abonniert gleich, dann verpasst ihr nichts mehr. Okay, ich werd mal schnell raus, bevor Toni kommt. Tschüss. So, jetzt aber nichts wie hin zu meinem Quad. Und äh... Stehenbleiben, Karlchen. Hä, was? Oh nein. Ja, du bist umstellt. Okay, Karlchen, wir haben dich auf frischer Tat ertappt. Du bist hiermit verhaftet. Ähm, äh, schaut mal. Ja, da. Ich glaube, da fällt gleich ein Kind aus dem Fenster. Hä, was? Wo denn? Perfekt. Jetzt, wo sie abgelenkt sind, kann ich in Ruhe abhauen. Und los geht's. Hier kommt die Nummer eins. Über Land. Hä, da ist doch nichts und, äh... Oh je, Toni hat Lunte gerochen. Dann mal schnell. Oh nein, Karlchen will fliehen. Na warte. Nicht mit mir. Los, schneller. Na warte, Karlchen. Oh Mist, Toni gibt doch einfach nicht auf. Oh, Karlchen, fahr rechts ran. Du kannst nicht entkommen. Okay, bleibt mir wohl keine andere Wahl. Ich muss Gas geben. Haha, du kriegst mich nie. Was hat er denn nun vor? Oh, er will abhauen. Na warte, ich bin hinter dir her. Hey, was hat Toni denn nun vor? Ah, hey, lass das, Toni. Okay, dann muss ich ihn jetzt wohl abschütteln. Und? Wo will Karlchen denn jetzt hin? Oh nein, er hat gewendet. Den hole ich mir doch. Aha, perfekt. Da bin ich doch am Hafen. Und am besten sollte ich mich beeilen. Toni ist bestimmt schon auf dem Weg. Am besten, ich klau mir den nächsten fahrbaren Untersatz. Mal gucken, was der Hafen so zu bieten hat. Oh wow, das sieht ja perfekt aus. Oh man, mit diesem schönen Jet-Ski könnte ich Toni tatsächlich davon schwimmen. Ja. Wenn man gerade davon spricht. Na dann, hier guckt keiner. Da auch nicht. Dann wollen wir doch mal. Hey, was soll das? Das ist doch mein Jet-Ski. Stehen geblieben, Dieb. Ahaha, Toni wird mich niemals kriegen. Und hier kommt die Nummer zwei. Über Wasser. Hey, stehen bleiben. Ein Dieb. Die Spur führt hier hin. Was sehe ich denn da? Das ist doch Karlchen-Squad. Das heißt, ich bin auf der richtigen Fährte. Weit kann er noch nicht sein. Oh, das ist ja unerhört. Wirklich. Entschuldigen Sie bitte. Haben Sie hier vielleicht einen Verbrecher gesehen? Hm? Ein Verbrecher? Ja, gut, dass Sie da sind. Gerade eben hat so ein Heine mit schwarzer Mütze und drei Tagebart mein Jet-Ski geklaut. Er ist in diese Richtung geflohen. Hm, okay, Karlchen ist wohl schon auf offener See unterwegs. Das wird schwer, ihn einzuholen. Naja, es sei denn... Und, Officer, was gedenken Sie zu tun? Es tut mir sehr leid, aber ich muss leider hier anderes Jet-Ski beschlagnahmen. Äh, was? Keine Sorge, Toni Reuerbach-Scheik übernimmt den Fall. Die Gerechtigkeit wird siegen. Und? Los geht's. Oh Mann, hoffentlich kriege ich die wieder. Hm, ich glaube, alleine werde ich ihn nicht einholen können. Aber ich werde einfach Verstärkung rufen. Leute, Karlchen flüchte mit einem Jet-Ski. Schneidet ihm den Weg ab. Toni ist noch so weit hinten. Stehenbleiben, Polizei. Nein, Karlchen, du bist ein Single. Oh nein! Haha, jetzt haben wir dich, Karlchen. Uah! Uah! Oh nein, Toni, warte, wir kommen. Aha, super, die hauen ab. Na, dann kann ich jetzt ja weiter. Uah! Komm, Toni, ich helf dir hoch. Danke. Uah! Nanu, das ist doch Karlchen. Uah! Ha, das ist doch die Chance. Ich schnapp ihn mir. Oh Mist, wo kam denn der Stein her? Ui, Toni macht sie schon bereit, aber nicht mit mir. Hä? Hä, was macht er denn da? Taucht er etwa? Du entkommst mir nicht, Karlchen. Dich schnapp ich, Karlchen. Und hopp. Oh, was haben wir denn da? Das kommt doch gerade recht. Und die Nummer drei. Unterwasser. Blub, blub. Okay, jetzt noch die Bohnenproben und... Hä, wer klopft denn bitte schön unter Wasser, du? Und, äh... Wow, länger hätte ich die Luft nicht mehr anhalten können. Na, wie sind Sie denn bitte schön in mein U-Boot gekommen? Ach, gar nicht so wichtig. Aber bringen Sie mich doch bitte so schnell wie es geht wieder nach oben und von hier weg. Was? Karlchen hat ein U-Boot? Wo will er denn nur hin? So, nu raus hier. Jo, danke fürs Mitnehmen. So, wie komm ich denn am besten hier wieder weg? Oh, na, da sieht doch vielversprechend aus. Damit komm ich doch bestimmt hier weg. Hier kommt die Nummer vier. Durch die Lüfte. Ah, zum Glück hab ich ja meinen Pilotenschein gemacht. Triebwerk, Start. Dann geht's also los. Oh Mann, hoffentlich fang ich heute noch was. Wer startet denn den Motor? Was soll das? Oh nein, er hat sich ein Flugzeug geschnappt. Jetzt krieg ich ihn nie. Hier, Toni, schnapp dir das. Hä? Wir schnappen uns, Karlchen, schon. Super, dann mal los. Jetzt bin ich erstmal in Sicherheit und... Gib auf, Karlchen, wir sind hier direkt auf den Fersen. Äh, was? Toni? Gib auf, Karlchen, wir kriegen dich. Oh je, ich muss das letzte aus dem Flugzeug rausholen. Oh nein, das ist doch nicht etwa... Ein Motor schaden! Oh nein, ich stürze ab! Uiuiuiuiuiui. Das war aber eine Bruchlandung. Oh Mann, oh Mann, bloß schnell raus hier. Mit diesem Flugzeug werde ich echt nicht weiterkommen. Schade drum, aber na ja. Wo, äh, bin ich hier eigentlich? Hm, sieht so aus, als wäre ich hier mitten im Wald gelandet. Oh oh, da kommt Toni auch schon. Schnell weg hier. Boah, ich brauch was, wo ich hin kann, sonst schnappt mich Toni wirklich noch. Oh, was haben wir denn da? Na, die Höhle kommt mir doch gerade recht. Und die Nummer 5, unterirdisch. Hier irgendwo muss Karlchen sein. So wie ich Karlchen kenne, hat er sich irgendwo verkrochen. Ja, diese Höhle dort könnte genau das Richtige sein. So, ich muss mich beeilen. Karlchen! Äh, äh, was? Ui, Toni ist schon da, dann gebe ich mal ein bisschen Gas. Karlchen, wo bist du? Oh, schneller! Oh, hier ist eine Abzweigung. Also nehme ich lieber links oder rechts. Links, rechts. Oh je, das ist Toni. Was machen? Ich geh lieber rechts lang. Oh Mist, eine Abzweigung. Rechts, links. Ich glaub, Karlchen geht links rum. Ich hab jetzt Toni eine Weile nicht mehr gehört. Vielleicht hab ich ihn ja abgeschüttelt und bin jetzt sicher vor ihm. Jetzt muss ich nur noch irgendwie aus der Hülle herauskommen. So, so, da vorne ist Licht. Ja, da geh ich doch mal hin. Ja, ich hab's geschafft. Ich bin erfolgreich geflohen. Hm, oder auch nicht. Hallo Karlchen, wir dachten schon, dass du vorbeischaust. Nein. Ich war noch so gut wie weg. Hahaha, ja Karlchen, zu früh gefreut, meint ihr nicht auch? Das war Karlchens 5 Arten zu flüchten. Was haltet ihr davon? Möchtet ihr mehr solcher 5 Arten Videos sehen? Schreibt das mal in die Kommentare. Wir freuen uns darüber, was zu lesen. Und gebt auch noch einen Daumen nach oben. Und teilt das Video mit euren Freunden und schreibt noch einen Kommentar. Oder ihr abonniert einfach hier oben. Dann verpasst ihr nichts mehr von Karlchen. Hier drüben sind noch zwei weitere Videos, die ihr euch gern mal anschauen könnt. Hm? Ansonsten bis bald!